Selbst wenn du noch kein eigenes Geld verdienst, begegnest du den Steuern spätestens bei deinem nächsten Einkauf. Was es mit der Mehrwertsteuer bzw. der Umsatzsteuer auf sich hat und was der Unterschied zwischen dem Brutto- und Nettopreis ist, erfährst du in diesem Video. Die Mehrwertsteuer ist eine Steuer, die auf Waren und Dienstleistungen erhoben wird und den von Unternehmen geschaffenen Mehrwert besteuert. Sie wird von den Kunden an das Unternehmen gezahlt und dann an das Finanzamt abgeführt. Da nicht der Kunde direkt die Steuer bezahlt, sondern sie von den Unternehmen an das Finanzamt überwiesen wird, ist die Mehrwertsteuer eine indirekte Steuer. Bei deinem Einkauf findest du immer den Brutto-Preis des Produktes. Der Preis für den Verbraucher beinhaltet dann den Warenwert, den Nettopreis inklusive der Mehrwertsteuer. Wichtig für das Verständnis dieses Prinzips ist, dass nur der Mehrwert besteuert wird, den das Unternehmen geschöpft hat. Besteht die Wertschöpfung des Produktes aus mehreren Stufen, dann wird auf jeder Stufe eine Mehrwertsteuer berechnet und schließlich vom Endverbraucher bezahlt. Schauen wir uns das Wertschöpfungsprinzip einmal an einem Beispiel an. Piet möchte sich einen neuen Monitor kaufen. Vorher hat der Verkäufer den Monitor für 100 Euro plus Mehrwertsteuer von dem Produzenten gekauft. Im Geschäft wird der Monitor dann wiederum für 200 Euro plus Mehrwertsteuer von dem Händler angeboten. Er schafft also 100 Euro zusätzlichen Mehrwert. Nun muss an jeder Stufe Mehrwertsteuer an das Finanzamt abgegeben werden. Das heißt, dass der Verkäufer 19 Euro Mehrwertsteuer für den Ankauf des Produktes und Piet anschließend 38 Euro zusätzlich für den Kauf des Monitors bezahlen muss. Da die zuvor gezahlte Mehrwertsteuer an den Kunden weitergegeben wird, ist die Mehrwertsteuer für den Verkäufer ein durchlaufender Posten. Mit der Vorsteuer kann sich der Verkäufer die zuvor gezahlte Mehrwertsteuer vom Finanzamt zurückholen. In Deutschland gibt es zwei Steuersätze. Sie betragen 19 und 7 Prozent. Man unterscheidet die Mehrwertsteuer in reguläre und ermäßigte Steuersätze. Auf Güter des täglichen Bedarfs wird ein geringer Steuersatz erhoben, um den Endverbraucher zu unterstützen. Darunter sind Grundnahrungsmittel, Bücher und Tickets für den Nah- und Fernverkehr. Alle Ermäßigungen der Mehrwertsteuer findest du im Umsatzsteuergesetz. Während der Corona-Pandemie wurden die Steuersätze der Mehrwertsteuer vom Staat auf 16 und 5 Prozent gesenkt. Eine solche Senkung dient dem Staat als Instrument, um die Wirtschaft in Krisenzeiten anzukurbeln und die Bevölkerung zu entlasten. Damit hat der Staat die Möglichkeit, in Zukunft nachhaltige Entwicklung zu fördern. Manche Politiker fordern schon jetzt, die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse komplett abzuschaffen, um einen Anreiz zur gesunden Ernährung zu schaffen. Auch durch eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Zugfahrten könnte der Nah- und Fernverkehr gestärkt werden. Die Einnahmen der Mehrwertsteuer werden zwischen Bund, Ländern und Kommunen verteilt. Es gibt keine Vorschrift, wofür die Steuereinnahmen verwendet werden. Mit der Mehrwertsteuer können also neue Bauprojekte des Staates wie Schulen und Krankenhäuser vorangetrieben, die Feuerwehr und Polizei bezahlt und Kultur gefördert werden. Jetzt weißt du alles, was du über die Mehrwertsteuer wissen musst. Findest du, die Mehrwertsteuer sollte für bestimmte Produkte abgeschafft werden? Und wenn ja, bei welchen Produkten? Achso, und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, da mache ich noch mehr davon.